Wir haben uns erinnert Remember Me zu spielen und stehen hier, ich weiß gar nicht genau wo, in irgendeiner Gasse, es regnet. Wir haben einen Focus Patch, nee Focus Boost eingesammelt, genau. Und haben die Wege erkundigt, die wir gehen können und beschlossen, dass es nur diesen einen hier gibt irgendwie, ne? Wir waren uns jetzt nicht mehr ganz sicher, also ich bin zumindest der Meinung, dass in der letzten Folge hier diese Tür irgendwie noch zu war. Ja, jedenfalls ist die jetzt offen. Und wir standen eben hier auch mittendrin. Genau, so und ich weiß jetzt, guck mal Petra. Was? Da, die Klanze. Das ist doch kein Einblatt, oder? Ich weiß nicht, da drinnen stand noch ein. So, hier sind Pfeilchen, das heißt, Pfeilchen sind gut, was war da links? Ah ja, das sieht auch gut aus an dem Weg. Links, was denn? Was ist denn da? 99, 90, 99, 99. Ist dir ihr Weg, da kannst du die Puppe samt Anzug kaufen. Dann kannst du dir einen Namen geben und dann bist du zu Hause nicht mehr so einsam. Sag ich jetzt einfach mal so. Das ist ja mit A. Ah ja. A, einfach A. Wir haben schon wieder eine Weile nicht mehr gespielt und ich vergesse ja. Oh, Follow the Blood, wo war denn das nochmal her? Äh, kommt noch, kommt noch. Später dann. Schnell. Das ist unsere letzte Chance, Memorize den Genickschutz zu verpassen. Noch ein Auftrag? Ich bin keine Sklavin, Edge. Und ich bin nicht dein Gewissen, Nillen. Du bist so frei wie jeder andere. Hm. Streit bahnt sich an. Streit bahnt sich an. Ich wollte es noch vermeiden, das zu sagen, aber wir haben ja noch ein Slushy vor uns. Mein Gehirn explizit. Ich glaube, hier geht es weiter. Ich gehe erstmal nochmal zurück. Ich wollte noch einmal hier reinlunzen. Es war schon Herbst, aber kann man immer nochmal trinken. Nimm es mal da rein. Es geht vor sich. Moment, Moment, ich höre was. Wo bist du? Ah! Dass du es mal erkennst. Ja. Nee, ja. Wie war denn schießen? Weiß nicht, genau so. Ich komme da aber. Doch, 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 doch. Einfach drauf. Na, Mensch. Jetzt hat er gar nicht angezeigt, wie viele, oder? Doch, sieben von fünf und fünf. Achso, ne, da sind wir ganz richtig gut mit dabei. Oh, Gott. Ja, ich höre die kleinen Viecher immer. Ich dachte gerade, es kommt von der Turbine oder von irgendwo wird es schon kommen. Oh, ein Büro. Jetzt mal einen Kaffee doch. Jetzt mal einen Kaffee. Äh. Oh, die Geräusche. Wer will denn hier arbeiten? Weiß nicht. Der Untergrund. Der Teufel. Sind das Zigarettenstum? Ja. Ein Rauch aufs Hange. Was ist denn das da? Was? Sind das kleine Muttern oder was? Was denn? Ach, das da? Kleine Zahnräder. Schräubchen. Zahnräder. Mütter. Mütter. Ganz viele Mütter. Ganz viele Mütter. Oh, Gott. Schockschwere Not. Brauchen wir irgendwas an Heilendingsbums? Da gucke ich gleich mal. Wenn hier so ein Ding ist, das heißt... Ne, wir sind voll. Ja, ja. Das heißt doch schon wieder... Moment. Oh, Gott. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte gerne eine Immobilie kaufen. Immobilie haben wir nicht. Mir ist schlecht. Wieso nicht? Ich hab Geld. Schlampe. Guten Tag. Ich möchte gerne einen Wischmob kaufen. Haben wir nichts. Meiner. Gib her. Ich schau dich kaputt. Ahaha. Musste wohl ordentlich draufballen. Ne, brauchst du so einen voll aufgeladenen Ding. Achso. Wie war das nochmal? Ja. Den hier. Oh. Respekt. So, okay. Richtig gut, wa? So, dann schieb mal hoch das Gerät. Ach, nee. Halt. Nein, nein, nein. Das war, glaube ich, der andere. Ja, ja. Genau. Ja, ja, ja. Oh, es vibriert in meiner Augen. Was war jetzt nochmal die Aufgabe? Ich weiß nicht. Ach, wüssten wir nicht. Ich kenne diesen Ort. Wurde verwüstert. Die Erroristen verbreiten Chaos in der Stadt. Nutze es, um zu Silas Büro zu gelangen. Oh, oder nicht. Den haben wir ja schon wiedergefunden, ne? Den, den wir damals getroffen haben, Marki, unseren Fan. Den hat er ja innen gebar. Der Lieber das für Arme. Ja, ja. Die Lieberbedrohung ist gebannt. Dank des Rückverwandlungsprojekts sind sie nun eure treuen Diener. Von der Sanitärversorgung bis zur Sabereinheit. Überall sind sie produktive Diener der Gesellschaft. Markverwandlung mit Memorize. Romaner Schutz vor barbarischen Gefahren. Oh, nein. Oder du musst vorbeiklettern und auf ihn raufspringen und dann nach unten fahren. Klettern? Also sozusagen ihn so hinstellen. Da leuchtet was auf der Bank. Siehst du das auch? Da, das blaue. Wo soll ich denn? Ist hier nicht mal irgendwo so ein Dingsziel mit der Pfeil? Ach so. Warte mal, hier. Oh Gott. Ich dring dich denn nochmal. Vielleicht so. Kannst du ihn jetzt runter? Ach so. Halt die Klappe. Nervst voll. Wo muss ich denn jetzt? Ich glaube, sie muss nach unten irgendwie. Dachte ich, kannst du nach oben? Wie war hochziehen A, ne? Hört. Die steht direkt auf der Kante. Die Kante da ist, die ist gut. Oh Gott, ist das Glas? Ist das alles Glas? Oh Gott, voll. Ich wollte da vor allem nicht runter, du musst da hinbringen. Komm, da steht einer. Oh, hallo. Der Winkel ist, oh Gott. Ah, Tommy! Oh, yeah. Sag mir Edge, wie hast du mich als Erroristin rekrutiert? Tommy sagte, du tauchtest eines Tages in der Bar auf. Eine verlorene Seele in einem Meer aus Traum. Er wusste gleich, du gehörst zu uns, sagt er. Aber kann man seine Erinnerungen heute noch trauen? Manchmal denke ich, du bist eher Poet als Freiheitskämpfer. Vielleicht in einer anderen Welt. Das ist nicht so interessant, aber können wir trotzdem einspielen. Ne, mein, ähm, mein Gehörnberg. Halt die Klappe! Oh, die nervt mich ja, die Unge. Hast du Hörnfrust? Ja. Was brönt die denn so? Ich habe keine Ahnung, die... Aha, ich stand nicht richtig. Äh, ich muss im Kreis laufen. Jumpy, jumpy. Jumpy, jumpy. Jumpy, jumpy. Die, die da müssen wir auch finden, oder wie? Ich habe keine Ahnung. Oh, da kann ich halt die da alles tun. Sie hinkt da wie so ein Äpfchen. Ich dachte, das war falsch. Ne, doch nicht. Oh, guck. Wir müssen irgendein Büro finden. Komm, du schaffst das. Rechts, rechts, rechts! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Nein, doch nicht! Hm. Jetzt! Oh Gott, komm nach vorne! Komm nach vorne! Was steht da mit der Warnung? Oh Gott! Warnung Drohne oder sowas, ne? Kommt die jetzt hierher? Äh, äh... Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Also, ich kann hier stehen bleiben. Moment, ich muss jetzt... Sie fliegt hier links. Nee, da würde ich aber nicht langen. Nee, ich würde da langen. Nee, ich gehe hier. Ah! Nein! Nicht so früh! Verdammt! Sie können die Anzeige, die ist ja eng. Sie sind aber nach... Von da vorne! Noch mehr Drohnen. Ah! Wie läuft das? Wie ich immer mit viel gerückt. Du schaffst das! Nee, Gebäude im Bau oder so. Oder im Einschutzgefahr. Lauf, lauf, lauf! Ich laufe doch! Oh Gott! Oh Gott! Oh, guck hier. Ah ja, guck mal. Drohne. Drohne. Tor. Graffiti. Graffiti? Das hatten wir doch aber gerade. Graffiti war doch da, oder? Nee. Kommt ja noch. Kommt noch, genau. Kommt noch, genau. Da, guck mal, da. Da, guck mal, da. Da, guck mal, da. Okay, du bist doch die Nix. Tut mir leid, dass ich so brille. Wie? Äh. Entschuldigung, aber wie komme ich denn da vorbei? Jetzt mal ganz im Ernst. Ähm. Warte, 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 warte. Lass mal beobachten den. Kann ich hier irgendwie... Kannst du da hoch? Nee. An der komme ich doch nicht vorbei. Ach so, womit? Du bist vorgelaufen. Echt? Ja, aus Versehen glaube ich. Ist hier ein Stück vorgelaufen? Das wollte ich nicht. Oh, nee. Oh, nee. Noch mehr Drohnen. Komm, Nellen, du schaffst das. Achtung, Gebäude wird Drohnen überwacht. Achtung! So, bleib hier stehen, Schnucki. Äh, der da. Und jetzt? Ah, jetzt kann ich da... Ja, jetzt kannst du da hinten rechts in die Lücke. Okay. Aber ich warte, bis sie hier wird und dann laufe ich ihr hinterher. Jo, jetzt. Lauf! Lauf! Ja, 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 ja! Nein, 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 nein! Oh Gott! Holy shit! Aber jetzt müsste hier... Da hinten das Z-Patch liegen, oder? Ja, genau. Irgendwie... Oder was auch immer liegen jetzt. Schnucki! Oh, Fokus, Fokus! Oh Gott! Hängst du wohl nicht an der Tür? Nur für autorisiertes Personal. Ja, super. Ich habe meine Karte mit dabei. Wow! Wow! Äh, ich kann mich gerade nicht drehen. Was muss ich denn jetzt machen? Schafft sie das? Vier Meter? Ja komm, vier Meter! Spring ich auf! Das springt die doch! Ach so, kann ich nicht hoch? A? B? B? A! Was war das denn? Versuch die Nacht. Es ist nicht so ganz gelungen. Ja, sie kennt... Oh! Die Saber-Einheit hat den Bezirk abgeriegelt. Oh! Was kocht der denn? Tomatensuppe mit grünem Innerein. Das sieht aus wie Gemütereintopf. Das... Ja! Boah! Mit Kartoffeln und Bohnen und so. Oh! Sojanka! Ich weiß, der eigenwillige Sojanka, aber... Ja, wollte ich nicht sagen. Da ist ein Leiter. Ja, aber das ist doch eh... Sojanka ist doch eh so ein... Ja, kann jeder reinhauen was dafür. Ja, ja, genau! Du musst ja da links... Jo. Das habe ich auch gesehen. Wunderbar! Ich habe hier gar nicht zugetraut. Ey, hallo! So ein Quatsch. So, Saun. Hörst du das auch? Ja. Weint da jemand? Oder etwas? Guck mal, da ist so ein komplettes Essen da eingepackt. Da... Mmmmm, yum, 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 yum. Das sieht aus wie Kartoffelpumps mit Fleischpumps. Also jetzt hier Fokusepumps. Zaun und Reklame mit nem komischen... J-A-X. Panda-Dings? Ja, bestimmt dieser Panda, den hatten wir doch schon mal. J-A-X. Oh nee, oh nee. Oh, nee. Ich habe nichts zu erfahren, ja. Ist dein bisschen Sonnenschein irgend so viel verlor? Äh, ich gehe mal hier weiter. Kusche Idee. Edge. Dieser Wasserschaden. Sie haben alles verloren. Hilfe! Wegen uns. Oh Gott. Unsere Dwingen. Du wirst recht haben, nachher stellen wir uns irgendwie noch gegen Edge. Mhm. So, du hast die Setpage entdeckt und ich die Reklame. Das war schön. Ah, gucke da! Ja, genau. Oh! Oh! Ups! Nein! Wieso ist sie denn? Weil sie so weit, sie kann ja vier Meter springen. Wieso ist sie denn so schief gesprungen? Das sollte sie doch gar nicht. Please try again. I do, I do. You have to switch beside. So, wo war... Moment, Moment, Moment. Das war... Ach, dann hätte ich auch runtergekonnt. Wo war denn jetzt dieses blöde... Ja, ich will das Ding bloß haben. Ja, da ist die Werbung und man meint es links. Also da. Moment, ich kann hier... Genau. B? Ähm, B. Vorsehen. Ich weiß nicht, ob da Strom drauf ist. Sieht aber nicht so aus. Nein! Ich lerne es nicht mehr. Aber ich habe doch rüber und... Ach so, A. Ich habe B gedrückt. Ja. Oi, Jesus! Oi, Jesus! Ich brauche immer... Jesus kann uns auch nicht mehr helfen. Vor allen Dingen Oi für die Juden und die... Oi! Oi, Jesus! Ja. Multikulti. So, mein Gott, guck der richtige Knopf. Jochen, wir machen das nicht. She's not doing it. Hmm? Yeah! Da hinten wedelt einer. Help, help. Help! I need somebody. Help! Not just anybody. Help! You know, I need someone. Help! Wir sind wieder ein bisschen garer heute. Das ist die Cola. Also dieser... Nimm ein bisschen Anlauf. Gib ihr halt ein bisschen Zeit. So, ich fasse jetzt den Kameraknop nicht an. Blöder Knop. Müssen wir jetzt nochmal das Set wegschulen? Oder hat der das gespeichert? Och, pfff. Kommt auf einfach, oder? Ah, Posi! Hier. Mhm. Das hätte er sicher merken können. Das hatten wir ja eben auch schon, dass sich das nicht merkt. Kann ich mich nicht hier einfach jetzt runter? Nee, würde ich... vielleicht auf der schicken Laterne da. Ich glaube, sie will auch nicht ins Wasser, wenn ich das so richtig verstehe. Ach so! Ja, das ist Discourseign. Was, zu viele Finger? Wie kann man denn zu viele Finger haben? Sie... Aber ich habe eine gute Nachricht. 15 Minuten sind vorbei. Und da das für mich ein unüberwindbares Hindernis darzustellen scheint, gebe ich jetzt ab an Juno und wir verabschieden uns für heute. Bis dann! Ich knopp mich weg! Ich knopp mich weg! Mega hoch! Ja! Ja!